Hallo, ich bin Bodo. Als Ausbildungsbeauftragter bei Branded Systems bin ich verantwortlich, dafür zu sorgen, dass die Auszubildenden der Fachrichtung Fachinformatiker Anwendungsentwicklung das Richtige lernen. Viel lernt man ja durch die Projektarbeit, einiges vielleicht auch in einer Berufsschule oder im Selbststudium für die IHK-Prüfung. Aber eben nicht alles. Ein tiefes Verständnis für TDD ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Wenn man die Grundidee nicht verstanden hat, ist es schwierig, den TDD-Ansatz in Projekten richtig einzusetzen. Im Projekt bleibt oft wenig Zeit, die Architektur und die Tests mehrfach und nicht nur einmal umzuschreiben, um nach und nach eine wirklich gute Architektur zu entwickeln. Der Test-First-Ansatz ist auch nicht so ohne weiteres umzusetzen, wenn man das nicht wirklich übt. Daher zeige ich im folgenden an einem einfachen Beispiel live in ca. 45 Minuten, wie der Test-First-Ansatz funktionieren kann, wie man die Logik ganz strikt vom User-Interface trennen kann, bis dahin, dass das User-Interface keinerlei Logik, also keine Branches oder Loops enthält und trotzdem funktioniert. Wie man Java-Interfaces in dem Zusammenhang nutzen kann und wie man aus diesen Java-Interfaces das für Mock-Objekte für den Unit-Test erzeugen kann. Insgesamt stelle ich mir das Lernen hier in drei Schritten vor. Also zuerst mal zuschauen, wie ich es mache, dann verstehen, warum ich es so und nicht anders mache und dann üben und bis man es nachmachen kann. Und zwar ohne zu googeln, ohne lang zu überlegen, nur mit Hilfe der in Eclipse eingebauten Code Completion. Das sollte man dann auch so wie ich jetzt vorführen können. Wir lesen gemeinsam die Aufgabenstellung, die ich euch ausgeteilt habe. Let's get started with the description of the task. Rewrite more in Java using test first unit tests and implement a java fx UI. Implement the core functions of the Unix command line tool more in Java with no extras. The class should read from an input stream. The lines per page are given on initialization and can be hardcoded in your tests or user interface. For example use three lines per page. If the sample text has more lines than lines per page given, then J-More should print at most the given maximum lines per page from the input stream in the window. Then wait for a key event. And if the escape key was pressed, the program should exit if any other key is pressed, the window should be cleared and the next page should be printed on the window. And so on until the end of the input stream is reached. The program should exit only if the escape key is pressed, otherwise it should just wait. An important note on the user interface. Handling keyboard events is not possible in plain Java using default Java libraries or any text terminals like Windows Command or Unix Xterm or Bash. Therefore you need to use JavaFX or Swing or AWT. The JavaFX is the most modern one, therefore we will use that. The JavaFX frontend must not contain any logic or loops, just instantiation and glue code. All logic goes into one Java class called J-More that should be fully independent from any user interface libraries. Only this user interface independent class should be unit tested, not the JavaFX UI. Do not write an event loop to handle the key events for yourself. Use an event handler, also called the callback method instead. The actual event loop is already built into JavaFX, Swing or AWT. In the JavaFX frontend instantiate an input stream simply from this get class, get class loader, get resource stream. Optionally you can print a hint. Unit test first. Strictly write the tests first, then the implementation. Implement the JavaFX user interface. Not before all tests plus the implementation are really complete and running. And only use Java built-in libraries plus JUnit, nothing else. Wir starten mit dem Erzeugen eines neuen Projekts. Wir könnten jetzt entweder ein Maven-Projekt oder ein Gradle-Projekt erzeugen, um zu bewirken, dass wir das Projekt dann später auch ohne Eclipse bilden und starten können. Ich verwende hier Gradle, gebe hier einen neuen Projektnamen ein und übernehme alle Default-Einstellungen. Damit wird die Gradle-Dateien automatisch erzeugt, das Projekt wird erzeugt, die Projektstruktur wird erzeugt. Nur in dem Default-Package, was automatisch mit erzeugt wird, das brauchen wir nicht. Deswegen löschen wir es hier und erstellen dann anschließend ein neues Package. Das Package nennen wir DE-BUS-Javatar, zunächst im Test-Java-Source-Folder und dort erstellen wir direkt den JUnit-Test-Case. Hier haben wir einen einfachen Test-Case, dem wir jetzt gleich den passenden Namen geben. Und zwar, wir wollen ja testen, als einfachen Test, dass unser More eine Zeile ausspuckt und anschließend die Close-Funktion aufruft. Wozu wir die Close-Funktion in jedem Fall brauchen, sehen wir dann später noch. So, der erste Test heißt also Test-Print-One-Line-Then-Call-Close. Und wir fangen an, den Test zu implementieren. Zuallererst brauchen wir natürlich den Input-Stream, den wir im Test selber erzeugen. Das ist ein ganz normaler Input-Stream aus dem Package java.io. Und den instanzieren wir sogleich und zwar verwenden wir einen Byte-Array-Input-Stream. Das ist die einfachste Möglichkeit hier. Da geben wir einen String an, nämlich First-Line und machen aus dem String ein Byte-Array und daraus erzeugen wir dann den Input-Stream. So, was brauchen wir als zweites? Wir müssen natürlich festlegen, wie viele Zeilen pro Seite wir maximal auf einer Seite haben wollen. Da nehmen wir einen einfachen Fall mit drei, obwohl wir jetzt hier erstmal nur eine Zeile brauchen. Und ganz wichtig jetzt unser Output-Handler, also die Struktur, über die dann unsere eigentliche More-Implementierung ihre Ausgabe erzeugt. Das gehört jetzt schon zur eigentlichen Implementierung, ist kein Test. Das heißt, wir definieren hier ein Interface, was wir später auch dann für das User-Interface benötigen. Und hier brauchen wir genau drei Funktionen, mit denen wir das Output-Handling steuern. Nämlich, wir wollen eine einzelne Zeile drucken können. Zum Zweiten, wir wollen das Fenster anschließend wieder löschen können, um dann die zweite Seite darzustellen. Und zum Dritten wollen wir dem Output, was auch immer hinten als Output dran ist, sagen, dass wir komplett fertig sind und uns beenden wollen. Also haben wir drei Parameter, drei Funktionen in dem Output-Handler. Und da wir jetzt die Output-Handler-Interface definiert haben, können wir hier einen anonymen inneren Typ definieren. Also das heißt, wir definieren keine Klasse, sondern definieren nur mit Hilfe des Interface eine Implementierung. Das ist jetzt eigentlich unser Mock-Objekt. Das ist also nicht der tatsächliche Output-Handler später für unser User-Interface, sondern der ist jetzt dediziert für den Test gedacht. Und da können wir ganz interessante Sachen damit machen. Jetzt brauchen wir natürlich noch die eigentliche Implementierung, nämlich unser, ich nenne die Klasse mal MyMore. Die lassen wir erstmal automatisch von Eclipse erzeugen. Dann instanzieren wir sie und zwar mit den drei Parameter, die wir vorhin genannt haben, nämlich der direkt übergebenen Input-Stream, den Output-Handler und die Anzahl der Zeilen pro Zeile. So, hier habe ich mich natürlich vertippt. Es ist hier nicht das Interface-Output-Handler, sondern unser aus dem Interface generiertes Mock-Objekt gemeint. Das heißt, wir benennen das hier auch gleich mal um, damit es noch klarer wird. Das ist ein Mock-Output-Handler und genau diese Instanz übergeben wir dann hier unten unserem MyMore. Aber wir haben hier ja noch nicht den Constructor implementiert. Den lassen wir jetzt auch von Eclipse automatisch erzeugen, also jedenfalls den Rahmen dafür. Hier innen heißt natürlich das nicht mehr Mock-Output-Handler, sondern aus der Sicht der Implementierung ist das irgendein Output-Handler. Deswegen benennen wir auch wieder so. Und hier innen erzeugen wir jetzt aus dem Input-Stream einen Buffered-Reader. Buffered-Reader deswegen, weil wir ja zeilenweise lesen wollen und das können wir aus einem Input-Stream nämlich nicht direkt. Das heißt, wir müssen aus dem Input-Stream einen Input-Stream-Reader machen. Und aus dem Input-Stream-Reader machen wir einen Buffered-Reader und aus dem können wir dann einfach zeilenweise lesen. So, diesen Reader gibt es natürlich in der Klasse noch nicht. Lassen wir auch wieder automatisch erzeugen. Also ihr seht schon, wir versuchen hier möglichst viel von Eclipse automatisch erzeugen zu lassen. Wir schreiben zuerst das, was wir brauchen. Auch hier wieder ein Feld in der Klasse nennen wir Output-Handler. Gibt es natürlich noch nicht, deswegen wird es auch rot angestrichen. Das gleiche machen wir hier mit der Anzahl der Zeilen pro Seite, also Lines per Page. Auch dieses Feld ist ja in der Klasse noch nicht definiert, macht aber nichts. Wir verwenden es trotzdem und klicken dann einfach auf Ergänzung. Und siehe da, schwuppsdiwupps, macht Eclipse uns das genauso, wie wir es haben wollen. So, damit haben wir unseren Konstruktor fertig generiert. Und sind jetzt schon fast fertig. Jetzt müssten wir noch überlegen, wie jetzt unser eigentlicher Test aussieht. Also was wollen wir jetzt testen? So, das Erste, was wir jetzt testen wollen, ist natürlich, dass eine Zeile geschrieben worden ist. Und das heißt, wir bräuchten irgendeinen Line-Counter, den wir jetzt vergleichen, ob der wirklich den Wert 1 hat. Deswegen Assert Equals 1, warum hier das Integer vorne ist, sehen wir später. Und außerdem steht ja auch in unserer Testbeschreibung oben, also in dem Namen des Tests, wollen wir außerdem noch testen, dass die Close-Funktion auch genau einmal aufgerufen wurde. Also müssten wir irgendwie einen Close-Counter haben, Close-Call-Counter haben, der uns das dann trackt und das wir überprüfen können. Aber diese beiden Variablen gibt es ja noch nicht. Das heißt, wir können die jetzt natürlich wieder erzeugen lassen. Zum Beispiel hier den Line-Counter. Der hat natürlich initial den Wert 0. Den schreiben wir jetzt nur einfach da oben hin, vor der Instanzierung unseres Mock-Objekts. Und hier, wo die Zeile über unser Mock-Objekt jetzt tatsächlich geprintet werden soll, da zählen wir jetzt den Line-Counter hoch. Mal schauen, ob das so geht. Also einfach Line-Counter, Plus, Plus. Ich entscheide mich jetzt hier doch, den primitiven Datentyp zu verwenden. Macht jetzt hier erst mal keinen Unterschied. Also Int statt Integer. Und das gleiche machen wir dann für den Close-Call-Counter. Den definieren wir hier oben auch und setzen ihn zu 0. In dem eigentlichen Close-Call wird er dann um 1 erhöht. Und noch als primitiver Datentyp Int verwenden und speichern. Aber jetzt haben wir ein Problem. Und zwar, wir haben hier eine lokale Variable definiert im umschließenden Datentyp. Und die muss jetzt Final sein. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, wenn man anonyme Klassenimplementierungen verwendet, so wie hier. Das heißt, ich kann hier nicht einfach auf Felder in der äußeren Klasse zugreifen. Das funktioniert prinzipiell nicht. Deswegen versuche ich es jetzt hier andersrum. Ich nehme jetzt die Definition von meinen beiden Countern in mein Mock-Objekt rein. Jetzt habe ich natürlich das umgekehrte Problem, dass ich in mein Assert Equals unten jetzt nicht mehr darauf zugreifen kann. Das kann ich aber jetzt umgehen, indem ich einfach eine Getter-Funktion definiere, die es im Moment jetzt noch nicht gibt. Aber die ich tue mal so, wie wenn es sie gäbe. Und lasse mir dann in meinem Output-Handler-Interface diese beiden Getter-Funktionen erzeugen. Da haben wir hier noch den falschen Return-Typ. Da machen wir ein Int draus. Das gleiche für den Close-Call-Counter. Auch da Datentyp Int als Return-Wert. Das Ganze speichern. So, und jetzt fehlt uns natürlich noch die Implementierung. Denn in unserem anonymen Datentyp kriegen wir jetzt unter Ringelt unser Output-Händler. Den haben wir jetzt, da fehlen die beiden unimplementierten Methoden. Die lassen wir uns jetzt auch wieder automatisch erzeugen. Und dann brauchen wir hier nur noch den Return-Wert reinschreiben, nämlich einmal den Line-Counter und geben einmal den Close-Call-Counter zurück. Und dann schauen wir mal, unser Test läuft. Und siehe da, natürlich läuft er nicht, denn wir haben ja noch keine Implementierung gemacht. Wir haben ja nur den Rahmen gebaut für unsere Klasse, die wir implementieren wollen. Deswegen klicken wir mal hier auf den Fehler. Klar, unser Line-Counter, der ist natürlich hier noch 0. Und wir haben ja noch in unserer More-Klasse noch keine einzige Zeile geschrieben, wie man sieht. Das müssen wir jetzt also nachholen. Das heißt, aus dem Konstruktor rufen wir eine neue Funktion auf, die wir Print Page nennen, mit der wir eine Seite drucken wollen. Und zunächst mal besteht ja unsere Seite nur aus einer Zeile. Das heißt, wir rufen hier einfach tatsächlich jetzt unseren Output-Händler auf mit der Print Line und überlesen aus dem Reader die erste Zeile. Das ist auch die einzige in unserem Test hier. Und übergeben den. Da müssen wir noch einen Try-Catch außenrum machen, denn der Reader könnte eine IO-Exception werfen. Und damit wir im Falle einer Exception dann noch einen sinnvollen Output an unser Frontend liefern können. Später liefern wir dann eben, falls der Reader nicht funktioniert, einfach die Exception zurück in unserem Print Line. Das ist allerdings hier optional und das wäre jetzt nicht notwendig und das testen wir jetzt hier auch nicht extra. So, und jetzt müssten wir eigentlich die eine Zeile drucken. Schauen wir mal, unser Test läuft jetzt schon einen Schritt weiter. Und zwar ist jetzt unser Close Call, der fehlt ja noch. Also die Zeile haben wir jetzt gedruckt und unser Line-Counter ist auch um 1 erhöht worden. Das heißt, die Zeilen, die Output-Funktion für unsere Output der Zeile ist angekommen, aber uns fehlt jetzt das Close. So, und das ist jetzt wichtig, das Close soll ja dann laut Definition unserer Aufgabenstellung aufgerufen werden, wenn wir den Escape-Key, die Escape-Taste drücken. Und deswegen schicken wir jetzt unserer MyMore-Klasse einen Escape-Key. Die Funktion dazu, die nennen wir Handle. Warum, sehen wir später noch. Und definieren hier einen Key-Event, den wir hier jetzt mal Escape-Key nennen. Das ist hier praktisch in der Testmethode eine Konstante. Die erzeugen wir aus dem Key-Event-Konstruktor, der leider ziemlich länglich ist, weil der ziemlich viele Parameter hat, die wir alle nicht brauchen. Die setzen wir einfach alle zu Null. Bis auf den Key-Code. Und gleich noch, auch die anderen Parameter setzen wir alle auf False, sind alle nicht interessant. Das Einzige, was hier interessant ist, ist der Key-Code. Also, und zwar Key-Code Escape. Das haben wir hier jetzt als Konstante definiert. Und diesen Escape-Key-Event mit dem Key-Code-Event, das muss ein Key-Event in dem Java-FX-Package übrigens sein. Es gibt noch andere Key-Events in Java, die alle dann nicht passen würden für Swing und für AWT. Aber wir verwenden hier den aus dem Java-FX-Package. So, und die Methode fehlt uns natürlich auch noch in unserer Implementierung. Die lassen wir uns wieder automatisch generieren. Und in dem Moment, wo diese Methode aufgerufen wird, wissen wir, aha, Escape-Key, jetzt sind wir fertig. Und unser Output-Händler muss nicht mit Clear-Page aufgerufen werden natürlich, sondern mit Close. So, mal sehen, ob unser erster Test jetzt funktioniert. Einmal abspeichern, einmal Test starten. Und sieh da, unser Test ist grün. So, das war mal der erste Test. Eine Sache ist aber jetzt ganz unschön. In unserem Output-Händler haben wir jetzt, in unserem Interface für den Output-Händler haben wir jetzt zwei Methoden drin, die eigentlich jetzt nur zum Testen da sind. Und die wollen wir jetzt wieder loswerden. Schauen wir mal, wie das geht. Das heißt, wir löschen einfach mal diese beiden Methoden raus, kommentieren mal kurzfristig unser eines Assert-Equals-Statement aus und gucken uns mal an, ob wir an den Close-Call-Counter auch irgendwie anders dran kommen. So, und da gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, wie man das erreichen kann, ohne dass man hier das Output-Interface mit irgendwelchen Testmethoden verschmutzt, sage ich mal. Und zwar definieren wir eine Hash-Map mit dem Key-Counter-Name definieren wir gleich noch und dem Value soll ein Integer sein, den nennen wir Counter, instanzieren die Hash-Map gleich als leere Hash-Map und definieren jetzt, was Counter-Name ist. Counter-Name ist ein Enumeration, die heißt Counter-Name und die hat im Moment als einzigen Enumerator eben den Close-Call-Counter. Oder Close-Calls. So, und diesen Key befüllen wir jetzt, also in der Hash-Map befüllen wir jetzt den Key namens Counter-Name Close-Calls mit dem Integer-Value 0. Und ihr seht hier, diese Counter-Hash-Map, die ist jetzt Final. Das heißt, auf die können wir jetzt in unserem Mock-Objekt zugreifen und wir wollen die Hash-Map selber auch nicht verändern. Wir können jetzt aber interessanterweise den Inhalt der Hash-Map verändern und das geht wie folgt. Wir greifen auf die Hash-Map zu. Das geht auch ohne, dass wir hier eine Fehlermeldung kriegen, aber jetzt setzen wir natürlich hier nicht mehr 0 ein, sondern wir müssen den Wert vorher wieder auslesen und den einfach um 1 erhöhen, also plus 1. Das heißt, wir haben Counter get Counter-Name Close-Calls plus 1, erhöhen also den Wert, der vorher drin war um 1 und speichern ihn an der gleichen Stelle wieder ab. Und auf diesen Wert können wir dann unten ganz genauso zugreifen, wie wir es oben auch machen, also Counter get den Key, nämlich Counter-Name Close-Calls. So, und da haben wir jetzt den Wert und der müsste, wenn wir nichts falsch gemacht haben, jetzt wieder 1 sein. Hier vorne haben wir jetzt noch die Sache mit dem Integer. Wir haben jetzt hier keinen primitiven Datentyp mehr. Schauen wir mal, ob das so auch geht, wenn wir den Datentyp nicht explizit definieren. Gut, geht aber trotzdem nicht. Das ist eine Eigenart von dem Assert Equals. Er will hier den genauen Datentyp haben. Also definieren wir hier halt einen Integer-Datentyp und schon funktioniert es. Das gleiche könnten wir jetzt auch mit dem Line-Counter machen. Okay, jetzt schauen wir erst mal, ob der Test funktioniert. Jawohl, er ist grün. Das gleiche könnten wir jetzt mit dem Line-Counter machen, aber da gibt es noch eine schickere Methode, wie man noch ein bisschen Tipparbeit spart. Und zwar, wir wissen ja jetzt, dass unser Close-Call genau einmal aufgerufen wird. Das haben wir ja unten sichergestellt. Und wenn der genau einmal aufgerufen wird am Ende, dann können wir ja dort ja auch alle anderen Assert Equals Statements einbauen, nämlich so. Ja, das heißt, wir checken hier innerhalb von dem Close-Call, ob unsere Line-Counter stimmt und ganz am Ende checken wir, ob unsere Anzahl von Close-Calls stimmt. So, dann gucken wir mal, ob, wir reinigen hier nochmal ein bisschen die Klasse um ein paar Leerzeilen. Und dann schauen wir mal, ob unser Test noch funktioniert nach dem Umbau. Der Test ist grün, aber wir wissen jetzt noch, prüfen, ob wir wirklich noch das Richtige testen. Das heißt, wir nehmen mal kurzzeitig nochmal das, den Aufruf der Print Line raus, beziehungsweise besser die ganze Seite und schauen wir, ob unser Test tatsächlich den Fehler anzeigt. Also jetzt müsste ja der Line-Counter wieder Null sein und der Test müsste rot werden. Die Spannung steigt tatsächlich, der Test ist rot und es wird an dieser Stelle hier der Fehler auch angezeigt. Also Line-Counter ist hier Null und das ist genau das, was wir erwarten. Wir bauen die Zeile wieder ein und machen den Gegencheck für den Close-Call-Counter. Auch da kommentieren wir aus, prüfen, ob unser Test uns den Fehler korrekt anzeigt. Auch das ist der Fall. Also war unser Umbau anscheinend richtig. Und wir haben jetzt gewonnen, dass unser Output-Händler jetzt wieder eine klarere Struktur hat und keinerlei Funktionen beinhaltet, die man eigentlich nur zum Testen benötigt. So, weiter geht's mit unserem zweiten und letzten Test. Wir wollen jetzt testen, ob wir auch vier Zeilen auf zwei Seiten korrekt ausgedruckt bekommen. Das heißt, wir kopieren jetzt einfach mal die ganze Teststruktur von unserem ersten Test. Das meiste davon brauchen wir tatsächlich. Wir nennen den Test gleich mal um und zwar Test four lines on two pages and then call close. Der Input-Stream passt jetzt hier natürlich nicht. Da brauchen wir jetzt dann tatsächlich vier Zeilen. Was ändert sich noch? Wir haben natürlich jetzt hier vier Zeilen zu erwarten in unserem Line-Counter. Der Close-Call ist immer noch eins, aber jetzt würden wir erwarten, dass wir hier zwei Seiten bekommen. Das heißt, wir müssten mindestens einmal den Clear-Page aufrufen. Das heißt, wir bauen hier einen Page-Counter ein. Jedes Mal, wenn unsere Hauptklasse die Seite neu schreiben will, ruft sie das Clear-Page auf und genau das zählen wir hier. Und da machen wir das ganz genauso wie beim Line-Counter. Das werten wir auch wieder in unserer Close-Funktion aus und gucken hier, ob unser Page-Counter jetzt den erwarteten Wert hat. Das müsste jetzt hier natürlich, wenn man bei Null anfängt, müsste es eins sein. Oder wir fangen bei eins das Zählen an, dann wäre es hier zwei. Also machen wir es so. Die erste Seite heißt eins, die zweite Seite heißt zwei. Also haben wir hier noch einen kleinen Rechtschreibfehler drin, nämlich ein falsches Komma. aber jetzt bauen wir erstmal unseren Input-Stream. Und zwar nehmen wir hier das getClass, getClassloader, getResource asStream und lesen hier eine Ressource namens myText Test-Text. Test-Text. Da haben wir dann immer noch einen Fehler drin, nämlich hier den Punkt und so, alle Syntaxfehler beseitigt. Wir führen den Test aus und natürlich ist er rot, denn wir haben ja die Implementierung noch nicht gebaut. aber zunächst mal brauchen wir noch einen Test-File, also diese Ressource. Da bauen wir erstmal einen Folder, der heißt Source-Main-Resources. Der muss auch ganz genau so heißen, wenn er nämlich so heißt, gibt es die Konvention, dass Gradle oder auch Maven-Projekte diese Ressources mit in die JAR-Files packen und man auf diese Weise innerhalb von dem JAR-File, was dann generiert wird, auf diese Ressourcen zugreifen kann. Das kann man auch vor allem mit Konfigurations-Files beispielsweise machen. Wir machen es hier aber mit unserem Test-File so. So, das Test-File, der Test-Text hat einfach vier Zeilen. First, Second, Third and Fourth Line speichern wir ab. So, da oben haben wir noch einen kleinen Typo, das muss natürlich dann mein MyTest Text sein, also statt dem X ein S. In dieser Weise können wir das File einlesen, als Input-Stream unserer MyMore-Klasse übergeben. So, unser Test ist eigentlich jetzt schon fast fertig. Das Einzige, was wir jetzt vergessen haben, ist natürlich unsere Key-Events. Also, wenn wir die zweite Seite sehen wollen, müssen wir ja einen Key an unsere Implementierung schicken, der nicht der Escape-Key ist, weil beim Escape-Key wird ja das Programm abgebrochen. Also definieren wir hier einen zweiten Key-Event, der eben Non-Escape-Key-Event heißt, also egal, irgendein Key, der nicht Escape ist. Wir machen mal als Beispiel die Leertaste, aber im Prinzip würde auch jede andere, muss auch jede andere Taste dann funktionieren. Den schicken wir zunächst, dann würden wir erwarten, dass unser MyMore die zweite Seite ausdruckt, anschließend schicken wir den Escape-Key und das Programm beendet sich. So, das ist eigentlich unser fertiger Test, der natürlich jetzt noch nicht funktionieren kann, weil wir haben ja noch keine Implementierung. Im Moment drucken wir ja nur eine Zeile aus und nicht drei Zeilen. Klar, wir erwarten hier sogar vier Zeilen. Also müssen wir hier wohl eine Schleife programmieren. Dazu brauchen wir erstmal einen Zeilenzähler, damit wir nicht zu viele Zeilen drucken. Wir wollen ja hier nur drei Zeilen pro Zeile haben. Also brauchen wir irgendwie einen Zeilenzähler und wir brauchen eine Zwischenvariable, um unsere einzelne Zeile zu speichern, wie wir gleich sehen werden. Und dann bauen wir eine Weilschleife, wo wir sagen, wenn unser Line-Counter noch kleiner als die Lines Per-Page ist, dann wollen wir unsere Zeile haben. Die lesen wir aus dem Reader aus mit Reader ReadLine. Können wir einfach von unten hoch kopieren. Und wenn dieses MyLine ungleich Null ist, dann sind wir in unserer Schleife drin, weil dann können wir nämlich diese eine Zeile tatsächlich drucken. Das heißt, wir hier das MyLine und jetzt müssen wir noch unseren Schleifenzähler um 1 erhöhen, damit wir wissen, wie viele Zeilen wir schon gedruckt haben, ausgegeben haben und sind eigentlich schon fertig mit der Implementierung. Jedenfalls, was die erste Seite angeht. Gut, dann schauen wir mal, ob unser Test funktioniert. funktioniert natürlich noch nicht ganz richtig, weil wir haben jetzt erst mal ja nur drei Zeilen statt vier auf zwei Seiten ausgegeben. Da ist unsere Implementierung noch nicht ganz vollständig, weil wir müssen jetzt hier noch unterscheiden, eine Fallunterscheidung machen. Wenn wir einen Key-Event bekommen, der kein Escape-Key ist, dann müssen wir ja noch jetzt unser Output-Fenster löschen und eine neue Seite drauf ausgeben. Das heißt, wenn unser Key-Code nicht der Escape-Key-Code ist, dann löschen wir erst mal die Seite und geben dann die zweite Seite aus. Im anderen Fall können wir die Close-Funktion aufrufen. So, mal sehen, ob das funktioniert. Und sieh da, unser Test ist grün. So, jetzt sind wir eigentlich fertig mit der Implementierung unserer eigentlichen Klasse, aber was wir jetzt natürlich noch haben wollen, ist ja ein Frontend. Das Frontend implementieren wir als JavaFX Klasse, die überhaupt keine Logik enthält. Da rufen wir auf die Quick-Funktion von Eclipse, erzeugen eine JavaFX mit Main Klasse, die nennen wir JavaFX Frontend. Da lassen wir auch schon mal den Rahmen automatisch erzeugen. Da ist hier eine Main Funktion schon drin und eine Start Funktion in der Start Funktion bauen wir unsere Anwendung zusammen. Es sind nur ein paar Zeilen. Wir brauchen hier eine Primary Stage, die müssen wir merken, weil die brauchen wir später nochmal. Primary Stage ist quasi die Bühne, auf der der ganze Rest stattfindet. Dann brauchen wir ein Text Area, das ist da, wo wir unseren Text reinschreiben. das erzeugen wir jetzt hier neu. Müssen wir uns auch merken, brauchen wir auch später noch. Und zwar nicht das AWT Text Area, sondern das von Java FX natürlich wiederum. Merken wir uns auch hier als Feld also Set Editable False und jetzt bauen wir die Text Area noch in unsere Primary Stage ein da brauchen wir noch eine Scene dazwischen eine Primary Stage wir setzen die Szene machen eine neue Szene mit unserem Text Area und haben eigentlich unsere Anwendung schon fertig zusammen gebaut jetzt muss man das Ganze noch anzeigen da müssen wir einfach die Show -Funktion aufrufen sieht man hier gleich am unteren Bildschirmrand und zwischendrin machen wir mal nur als Test eine Zeile Text das ist eigentlich schon unser ganzes Java SX Frontend rufen das mal auf die Main Klasse und sie da funktioniert auch aber wir wollen natürlich ein bisschen mehr machen nicht nur das Hello ausgeben können wir hier wieder streichen sondern wir wollen ja unser my more instanzieren das heißt wir erzeugen uns ein Objekt vom Typ my more rufen den Konstruktor genauso auf wie wir es vorhin in der Testklasse gemacht haben so der Output Händler allerdings ist jetzt unser Java Fx Frontend selbst sehen wir noch wie das gleich funktionieren kann jedenfalls holen wir uns erst einmal den Input Stream das noch mal genauso wie in unserem Test das heißt dann nehmen wir das gleiche Testfile instanzieren wir hier den Input Stream so dass wir in den Mimo übergeben können aber was uns noch fehlt ist unser Output Händler der Output Händler ist aber jetzt hier unser Java Fx Frontend selbst das heißt wir implementieren hier jetzt den Output Händler das heißt das behaupten wir jetzt erstmal ist natürlich noch nicht der Fall lassen Eclipse automatisch alle noch nicht implementierten Methoden hinzufügen es sind eben die drei Printline Clear Page so und hier bei Printline reichen wir einfach an das Textarea durch das heißt sobald unsere MyMore Klasse unser Printline aufruft rufen wir hier das Textarea Append Text auf und nehmen natürlich hier das was wir übergeben kriegen den String Align bei Clear Page machen wir es genauso Textarea Clear ganz simpel einfach Methode durchreichen Methoden Aufruf durchreichen und das gleiche fast genauso bei Close bei Close ist ein bisschen anders da wollen wir das ganze Programm beenden das heißt wir rufen von Primary Restage die Close Funktion auf und dann sind wir schon fast fertig schauen wir mal was passiert wenn wir das jetzt aufrufen ok da haben wir noch ein kleines Problemchen mit dem Zeilenumbruch das können wir aber schnell fixen da müssen müssen offensichtlich hier noch mal ein zusätzlichen Zeilenumbruch mit liefern mal sehen wie das geht aha der sieht schon besser aus aber leider reagiert unsere Anwendung jetzt überhaupt noch nicht auf die Tastendrücke das stimmt das haben wir jetzt noch nichts definiert da reicht uns aber eine einzige Zeile was wir nämlich machen ist wir verknüpfen den Key Händler den Event Händler vom Text Area mit unserer Handle Funktion von dem My More und zwar ist es so nicht Händler sondern Handle wir übergeben hier wir rufen hier nicht eine Funktion auf sondern dieser doppelte Doppelpunkt bedeutet dass wir hier die komplette Funktion als solche übergeben das heißt sobald ein Tastendruck gedrückt wird dieser Key Event einfach an unser My More weitergegeben und siehe da schon sind wir fertig und unser Programm funktioniert so zum Schluss schauen wir wie wir mit Gradle W Leerzeichen Bild unser Projekt auf der Kommandozeile bilden können es werden die Tests ausgeführt und die J-Datei erstellt und starten können wir das Ganze mit java-cp für und dann den Klassennamen de bast java-ta jmore frontend und dann funktioniert das Ganze auch genau so wie wir es gerade innerhalb von Eclipse gesehen haben so das war es von meiner Seite jetzt liegt es an dir meine weitere Empfehlung ist dass du die Aufgabe mehrmals noch selbstständig löst und zwar solange bis du es schaffst in 45 Minuten die Aufgabe ohne Rückgriff auf das Video oder auf Google selbstständig zu lösen dazu musst du natürlich das Konzept verstanden haben oder ein besseres haben und du musst die verwendeten Java Klassen und Funktionen aus dem Java Standard Package einigermaßen auswendig wissen wenn du das Thema noch weiter vertiefen willst habe ich noch zwei Vorschläge für dich vielleicht ist dir aufgefallen dass in dem Jmore jetzt eine Abhängigkeit zu dem Java Fx besteht dort werden ja die beiden Klassen Key Event und Key Code verwendet das ist natürlich sehr unschön und man kann das sicher besser machen die zweite andere Idee wäre dass du die ganze Aufgabe nicht mit Java sondern mit TypeScript Angular und dem Browser als User Interface versuchst zu lösen Danke für deine Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit zu lösen